Hallöchen mein lieben Spartan und willkommen zurück zu einer neuen Folge Badwoss mit Nutter Gseckt. Ja, der ist neu auf meinem Kanal. Der hat auch einen Youtube-Kanal, den werde ich unten verlinken. Es leckt tierisch bei mir, deswegen kann ich nicht fast brüchen, Alter. Ja, ich hoffe mal, wir reißen dieses Mal was. Ja. Hier kommt auch noch natürlich eine Aufnahme mit Scravox und Notox zusammen und vielleicht auch mal in beiden Clan War oder Wars, wie heißt das? Hm, ja, da bin ich mir auch immer noch nicht so sicher. Nee? Heißt es, heißt es Clan War oder Clan Wars? Weiß ich nicht. Ich will zugruhen, aber ich komme nicht rüber. Ich bin noch grad zu dir gekommen, warum ist er einfach nicht stehen geblieben? Ja, du hättest es doch sagen können, dass du kommst. Oh, da haut sie raus. Notox ist übrigens ein Mädchen, ne? Definitiv. Sollten eigentlich auch alle Zuschauer schon gemerkt haben. Hier, Leute, hier seht ihr auch meine Klicks. Lustig. Surfklicks. Also links da, warte, ich versuch mal zu tütern. Oh, meine Hände sind nicht warm, deswegen komme ich nicht so viel. Ich bekomme auch grad nichts hin. Okay. Na gut. Boah, ich bin... Notox hat auch eine Webseite, die heißt Eis.de, was? Definitiv. Kennst doch, oder? Kann ich mal gleich mal wieder die Hintergrundmusik ändern, aber ich glaube, da ist Copyright drauf. Ich glaube, ähm... Es rappelt im Kartonfuss. Nein, okay. Ich hab... Ihr habt nichts gehört. Warum gehen wir eigentlich grad alle beide zum gleichen Team? Oh, ich helf dir mal ein bisschen. Wollen wir bitte auch zu China? Das ist... Das ist mein Kill! Nein! Nein! Alter, halt's! Das ist mein Kill! Bitte helfen sie mir! Komm, lass... Junge, ich bin in der Aufnahme! Ja! Danke. Wer hat das noch überschrieben? Hm... XD Rot, G, Blau, please. Okay, gut, dann gehen wir auf grün, okay? Äh, find ich gut, Bibis Beauty Palace. Ist natürlich keine Werbung, was? Ja, ist das... Nee, ich wollte nur das sagen, dass... Äh... Äh... Ja, ich seh's. Äh... Nämlich, das guckt immer Notox, äh, diesen Kanal da. Ich weiß nicht, wie es geschieht. Definitiv, ich hab auch da jetzt das Babyphone grade liegen. Ähm... Dus ist Magenqualität auf nem neuen Niveau. Ähm... Man darf doch eigentlich nicht schreiben, das die auf uns gehen soll, oder? Ja, ist ja eigentlich Targeting. Aber gut, dann gehen wir aufgrund. Okay, Target, Target activated. Tschüß! ÄH! Tschüß mit Ö. Tschüß! Dao mit V. Ich hab grad irgendwas so probiert, aus meinem Watcherk zusammenzusammt 38. Boah, sei ruhig! Ja! Okay, ich halt die Fresse! Nein, genau mein Bree��겠습니다... Ich sag mal ein bisschen Breaselien. Okay, hab's mir schon klar. Nein, soll ich nicht. Okay. Ja, als Grabhof kann das definitiv besser als wie ich. Oh, nice. Der, sein Breaselie ist richtig. Ah! Rot hat auch nen Bau! Save my Gold. Alter, ich dachte wir machen auch noch ne zweite Runde. Aber wenn die Runde so lang geht, ich hab keine Lust, nur viel zu cutten. Das ist doch immer das Beste beim Videoschneiden. Ja, eigentlich hab ich ja auch Bock zu cutten. Aber in der Schule irgendwie, äh, in der Schulzeit irgendwie nicht. Definitiv. 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 Nein. Du sitzt wahrscheinlich grad so in diesem Nachsitzraum und machst grade wahrscheinlich deine Schulaufgaben und machst einfach am PC. Ja. Ah! Ähm, wir haben auch nen Bogen. Äh, ich lieg beim Villager. Ich bau grad nen OP-Weg! Ich hab nen halben OP-Weg gebaut. Das waren viel Blöcke. Das war... Junge, das war genossen, die... Wieso hab ich das Gefühl, dass die Aufnahme länger dauern wird? Weil das einfach Schwitzer-GHGs sind. Junge, ich mach jetzt noch nen OP-Weg. Naja, wenn ich's schaffen würde. Junge! Ich bin zufrieden, um OP-Weg zu machen. Nein! Ich hätte fast nen Grün bekommen mit dem Bogen- und Eisenschwert. Nice, dann rum ist down. Nice. Gib mal... Bo, ich bin besser. Nein, ich baue mich mal zum Iron. Wo? Okay, solange ich mich abschieße, ist alles in Ordnung. Der kann gern mit den anderen abschießen. Dann hab ich null Problem womit. So ein Wichs-Bieb! Plötzliche Sound-Effekte in 3, 2, 1... Plötzlicher Sound-Effekt. Das war ein plötzlicher Sound-Effekt. Man hört mir schon hier auch gar nicht meine Maus. Wir haben acht Freude. Viel Spaß damit. Was? Nö, danke. Ich mag dich jetzt nicht mehr. Okay. Man, ich will dieses... Ach Gott. Das ist immer das Dumme bei Bedroß. 36 Iron sind gesaved. Das liegt alles an Aufnahmen, weil es ein bisschen ruckelt, ja? Nee, der Vorführeffekt. XD. XD. Nein, das ist von keinem YouTuber geklaut. Nein, nicht von nicht Mitte oder gleich Mitte. Was? Ähm. Das ist äh... Hast du wieder Gold? Wir haben so viel Gold und wer weiß nicht. XD. Wir haben schon wieder... Oh, THX. Dann mach ich mir noch das. Dann mach ich mir noch einen Stärketrank. Endlich wäre alles safe. Okay. Nein. Dann fährt er wieder beim Eisen runter. Nein, ich hab ne Rettungs. Ich bin in den Hop-Web gesprungen bei Grün. Okay. Rot über euch ist grün. Guckt doch mal. Alter, wenn ich jetzt rote Kreise einblenden kann, das kann ich nicht. Da oben, wo mein Maus... Ach, ich seh ja nicht mehr mit dem Mauskäse. Sehr profil. Mit was nimmst du auf? Oh, mit dem Brutcaster. Open Brutcaster? Junge! Die können nur Spam, ne? Hast du auch? Okay, ich riskiere es. Du willst davon. Und wieder Gold. Ah, ich hab's geschafft. Oh. Hi. Hi. Ja, hi. Ja, hi. Und wieder Gold. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr was. Lass mal auf ne App spielen. Das ist es. Mann, das ist... Wir haben zu viel. Hier, hier, hier. Geh mal in die Mitte. Versteck die Kiste. Aber die können's rausnehmen, weißt du hoffentlich, ne? Das ist mir bewusst. Wir sind ja dummerweise nicht auf Revi. Aber Revi ist halt auch ein... Revi ist geil, Alter. Server. Okay, ich mach ne App. Dann sag ich mal Bibis Beauty. Wie komm ich immer da raus? Ja, okay. Zudem brauch ich nur nicht mehr gehen. Grün hat auch kein Bett mehr. Also, ich trink mal... Echt? Oh, das willst du mir gar nicht... Herr, Grün hat kein Bett. Oh. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So, soll ich schon mal Stärke trinken? Wo hast du denn die N? Ach, da. Gar nicht auffällig oder so. Wie du sagst. So, ich trink einfach jetzt der hier. Und Bibis Beauty Palace. Und jetzt kommt John Cena Action. John Cena! Okay. Okay. Hier. Dein ist oben. Dein ist oben. Na? Kommt er noch raus heute? Wenn das keine gute Runde war. Boah! Ah! Dein Bogen! Bitte was? Ich habe aber Stär hier. Ja, wie soll ich jetzt da oben hinkommen? Kannst du mir mal... Oh, die haben eine Team Chest in der Team Chest. Ja, das ist geil, weil jetzt stelle ich meine Team Chest hier auf und habe viel Gold. Ah! Tu noch ein bisschen mehr Gold rein, dann kann ich in der App machen und die da oben reinschmeißen. Welche ist jetzt Welche Chest? Von welchem Team? So viel Ender Chests... Ah! Das ist unsere. Warte, ich baue die auch nochmal ab. Warte, ich baue die auch nochmal ab. Eti, die spinnt mich hier. Oh, verbiss dich doch mal. Oh, ich habe ihn einmal getroffen. OI! Hoi! Der hängt! Hoi! Die kommt... Nein! Gar nicht hacky oder so! Ähm... Alter! Irgendwie, äh... Äh... War das der Chip, der gerade hier noch drin ist? Äh... Das war der. Ähm... Slash Report? Ähm... Du kannst diesen Spiel... Ach so, ups! Äh... Gar nicht hacky oder so? Na gut, Leute! Das ist natürlich... Das der ein gutes... Schreibt's in die Kommentare! Der hat einfach nur ein gutes Headset und einen guten Ping, sag ich so! So ähm... Wir sehen uns... welche lobby bist du eigentlich gerade lobby 39 die sehen uns dieses mal wieder hoffentlich ja und